Felix, Tobias, ihr seid bei dem Schiri Schätzduell. Es geht los mit Frage Nummer 1. Wie viele Elfmeter wurden jemals von nur einem Schiri während seiner gesamten Karriere vergeben? Boah, ist das schwer. Da sind wir mal gespannt. Es sind 265, es sind tatsächlich 96. Das heißt, der erste Punkt geht an Tobias. Wie viele Frauen sind als Schiedsrichterinnen in der Frauenfußball-Bundesliga aktuell tätig? 22 und 18, ganz eng beieinander. Es sind tatsächlich 19. Das heißt, 2 zu 0 für Tobias. 20 wäre unentschieden gewesen, oder? Okay, habe ich das Prinzip zumindest verstanden. Ich bin nicht richtig, ich antworte. Was ist die optimale Länge eines Grashalms auf einem Fußballfeld? Tatsächlich, es sind zwischen 25 und 28 Millimeter. Das heißt, das ist das 3 zu 0. Hat er schon gewonnen? Können wir jetzt abbrechen? Nein, es geht natürlich um die Ehre. Du kannst doch auf 2 zu 3 rankommen. Okay, jetzt komm. Ich muss mal einen Ehrentreffer erzielen. Ja, jetzt von meinem Spezialgebiet. Das örtliche.de liefert über 100.000 Einträge mit dem Nachnamen Müller. Aber wie viele davon heißen auch Thomas mit Vornamen? Es sind 2088. Das darf man rechnen. Der Punkt geht an Tobias. Das ist das 4 zu 0. Tobias, du bist 1912 entfernt. Yes! Und Felix 1945. Aber eine ganz, ganz enge Kiste hier bei der Frage. Wer genau hat das nachgerechnet? Unser Bordcomputer, den wir hier mit dabei haben. Der täuscht nie. Der täuscht nie. Das ist unser Videobeweis hier. Nun gut, wir akzeptieren. Wie viele Fußbälle werden jedes Jahr offiziell weltweit hergestellt? Dann zeigt mal, was ihr habt. 800 Millionen und 200 Millionen. Es sind knapp über 40 Millionen. Das heißt, auch der Punkt geht an Tobias. Das war eindeutig heute. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Trotzdem Glückwunsch. Dankeschön.